Mein Name ist Bianca Grindler, ich bin Betriebsleiterin hier bei der Alper Gurgel GmbH in Backnang. Wir haben den Imagefilm oder Werbefilm mit dem Aufnahmeteam hier gemacht, weil wir einfach unseren Bekanntheitsgrad erhöhen wollen. Wir wollen auch zeigen, was wir alles machen, was wir können, was auch Industrie oder was für Privatkunden interessant wäre und hoffen, dass wir dadurch ein bisschen bekannter werden hier im Großraum Backnang. Mein Name ist Thomas Auch von der Firma Alper Gurgel GmbH und das Aufnahmeteam hat für uns einen Imagefilm produziert und vom ersten Grundgedanken bis hin zum fertigen Film sind wir sehr gut beraten worden und haben uns immer gut aufgehoben gefühlt. Im Vorfeld dieses Imagefilms haben wir uns am Markt umgeschaut und waren mit vielen Lösungen nicht zufrieden und darum haben wir auf das Aufnahmeteam gesetzt, die wirklich mit guter Konzeption, schneller Arbeit uns mit Rat und Tat zur Seite gestanden sind. Einen Imagefilm mit dem Aufnahmeteam würde ich jederzeit bedenkenlos weiterempfehlen. Bis zum nächsten Mal.